herzlich willkommen zu einem neuen video pyrofreunde ja es ist endlich wieder soweit nach ein paar jahren der abstinenz gibt es heute endlich die neuen funke böller aus dem batch 2022 hier wir haben hier einmal die neuen funke china böller d wieder richtig geile verarbeitung werden wir gleich stand sehen wenn wir sie zünden mit ganzen 18 gramm nemm sieht man hier dann natürlich super böller 1 mit ganzen 24 gramm nemm und zu guter letzt hier die super böller 2 mit sage und schreibe 32 gramm nemm schaut das video auf jeden fall bis zum ende weil meine erste reaktion schneide ich am ende rein die habe ich nämlich direkt nach dem kauf getestet die böller und jetzt kommt bloß noch mal ein ordentlicher test hier am tag in geiler location mit richtig schönen sound ich bin trotzdem noch mal gespannt wie die sind freue mich mega drauf ich hoffe ihr auch und ich wünsche euch viel spaß beim video let's go here unbezahlte werbung ja für uns jetzt geht es los hier mit den funke böller wir haben gerade schon ein paar getestet hier gibt es auf jeden fall einen schönen vergleich beim salut power zu sehen mit den alten unbezahlte werbungen mit den alten 17 bait chargen und sowas von der alten zeit von funke damals und wir testen jetzt hier mal die neuen super böller d geht es hier als erstes los ja hier hat man noch mal schön einen sound denke ich mal also mit kaputze das dämmts wirklich sehr krass ja du musst die immer abziehen jetzt stellen wir noch mal einen hin hier also ich zocke immer noch ein bisschen zusammen bei den dingern muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen geil weiter geht es jetzt hier funksur böller 1 bin ich auch noch mal gespannt drauf hier in einer anderen location viel spaß ja finde ich wie gesagt also ihr hört am ende wie gesagt da mal mein fazit vom ersten test finde ich wie gesagt gar nicht mal so stark im gegensatz zum dämmts die idee ist ein stück stärker ja und jetzt hier zum schluss nochmal die elite super böller 2 8 gramm nemm und jetzt hier zum schluss nochmal die elite super böller 2 8 gramm nemm viel spaß alter schwert das ist nochmal heftige unterschiede ok auch mega scheicher ich weiß gar nicht ob man es im video hört aber sind schon brutal fazit alles in allem entweder eine günstige alternative die idee kaufen oder halt nochmal einen drauf legen und super böller 2 kaufen ich denke die SB1 muss man nicht unbedingt haben nein schreibt mir eure weinung dazu in die kommentare ich wünsche auf jeden fall allen viel spaß mit den neuen funksur böller falls ihr euch die bestellt habt falls ihr ein paar bekommen habt und ja ich freue mich auf silvester auf ein paar schöne pappteppiche hier papierteppiche es wird geil bis zum nächsten video euer effekts schnipsel so pyros ich hoffe euch hat das video bis hierher gefallen ich wollte euch natürlich meine erste reaktion nicht vorenthalten deswegen gibt es jetzt hier nochmal alle böller mit meiner ersten reaktion quasi also das ist jetzt quasi der moment wo ich gerade die böller abgeholt habe und wir testen jetzt einfach weil es einfach geil ist die dinger in der hand zu halten ja wie gesagt das ist jetzt meine erste reaktion wünsche euch nochmal viel spaß ich freue mich auf den test hier alter so hier als erstes den china balladet von funke mit 4,5 g 6 g ey udah zusammengezugt es geht nicht es gibt nichts mehr gewinnen es ist immerbei leid es ist immer entspannt 6 g 6 g ja wonderful jahrelang. 6 Gramm und jetzt noch mal Super Buller 2 mit 8,5 Gramm. Achte. Achte. Fast nichts. Das geht doch nicht. Und hier, wie geil einfach. Treibwelle hier sieht es aus wie ein ganzer Schinken. Oh, nicht schlechte Dinger. Hunde bellen in der Ferne. Also haben sie alles richtig gemacht. Hier sieht es aus. Geile Sache. Ich hoffe euch hat es gefallen Pyros. Der war ein bisschen stärker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.